Lange Zeit zentrales Organ und auch nach wie vor außerordentlich bedeutsam ist der Rat der Europäischen Union. Er besteht gemäß Artikel 16 EUV aus je einem Vertreter jedes Mitgliedstaats auf Ministerebene, der befugt ist, für die Regierung des von ihm vertretenen Mitgliedstaats verbindlich zu handeln und das Stimmrecht auszuüben. Diese komplizierte Formulierung soll es ermöglichen, dass sich ein föderal organisierter Mitgliedstaat durch einen Vertreter eines Bundeslandes oder einer Region vertreten lassen kann, wenn die zu behandelnde Angelegenheit in die Zuständigkeit des Landes bzw. der Region fällt. In der Praxis wird von dieser Möglichkeit allerdings so gut wie kein Gebrauch gemacht und es sind in der Regel die Fachminister der jeweiligen Bundesregierung, die den Mitgliedstaat im Rat vertreten. Das Organrat tritt dabei in insgesamt zehn verschiedenen Ratsformationen in Erscheinung. Deren in der Öffentlichkeit bekannteste sind der Rat allgemeine Angelegenheiten, der Außenministerrat, der Rat der Finanz- und Wirtschaftsminister, kurz ECOFIN, oder der Rat Justiz und Inneres. Die Entscheidungen im Rat werden vom Ausschuss der Ständigen Vertreter vorbereitet. Das sind die Botschafter der Mitgliedstaaten bei der Europäischen Union. Besteht in diesem Ausschuss Einvernehmen über einen Tagesordnungspunkt, so wird darüber im Rat selbst in der Regel nicht mehr diskutiert, sondern ohne weiteres abgestimmt. Artikel 16 EUV nennt vier Aufgaben des Rates. Wie schon gesagt, wird er gemeinsam mit dem Parlament als Gesetzgeber tätig und übt gemeinsam mit diesem die Haushaltsbefugnisse aus. Zu seinen Aufgaben gehört aber vor allem auch die Festlegung der Politik und die Koordinierung nach Maßgabe der Verträge. Das heißt, der Rat verfügt nun nicht mehr wie in früheren Jahren über eine bloße Entscheidungsbefugnisse, sondern eine wirkliche Gesetzgebungsbefugnis. Politisch gesehen ist der Rat jenes Organ, in dem die Mitgliedstaaten ihre Interessen wahrnehmen. Die Beschlussfassung im Rat ist so gestaltet, dass zwar das politische und ökonomische Gewicht sowie die Größe der Bevölkerung eines Mitgliedstaats eine wichtige Rolle spielen, aber wie beim Europäischen Parlament kommt auch in diesem Organ den kleineren und mittleren Mitgliedstaaten relativ wesentlich mehr Gewicht zu, als dies bei streng proportionaler Beteiligung der Fall wäre. Sieht man davon ab, dass für gewöhnlich ohne dies eine konsensuale Lösung ohne Abstimmung angestrebt wird, ist als grundsätzliche Abstimmungsregel die sogenannte qualifizierte Mehrheit vorgesehen. Bis zum Vertrag von Lissabon war den einzelnen Mitgliedstaaten jeweils eine unterschiedliche Zahl von Stimmen vertraglich zugeordnet und es musste letztlich für jeden Beschluss eine bestimmte Anzahl von Stimmen in Verbindung mit einer bestimmten Mindestanzahl von Mitgliedstaaten erreicht werden. Dieses Modell wurde mit dem Vertrag von Lissabon durch das System der doppelten Mehrheit ersetzt. Diese ist mit einer Mehrheit von 55 Prozent der Mitglieder des Rates, gebildet aus 15 Mitgliedern, sofern die von ihnen vertretenen Mitgliedstaaten zusammen mindestens 65 Prozent der Bevölkerung der Union ausmachen, erreicht. Für eine Sperrminorität sind mindestens vier Ratsmitglieder erforderlich, andernfalls gilt die qualifizierte Mehrheit als erreicht. Die Zahlenangaben zur Bevölkerung der Union und zur Bevölkerung jedes Mitgliedstaats zur Umsetzung dieser Bestimmungen über die Abstimmung im Rat sind in einem jeweils jährlich aktualisierten Anhang zur Geschäftsordnung des Rates enthalten. Der Vorsitz im Rat wechselt halbjährlich und ist gemäß dem aktuell geltenden Beschluss des Rates bereits bis Ende 2030 festgelegt. Der Vorsitz im Rat